Captain Obvious Captain Obvious Fast ein komplettes StarCraft Team Commander America ... Oh mon ... ... ... ... Tja.. ... spiel mal ein bisschen mehr ... ... ... ... ... ... Zwei Wochen lang gefangen, in den Vereinen. Dafür ist doch nicht schlecht. Mhm. Irgendwie so. Alter, meine Musik macht mich grad mega aggressiv, einer. So. Dann leg dir mal neue zu. Wie wär's mit einer Schlafmelodie? Wie wär's mit Nähe? Jetzt haben wir mal wieder keinen Heiler dabei. Ich bin hier mal gespannt, wie das jetzt wieder abgeht. Ich heil mich einfach selbst. Heute Abend kommt ein Freund von mir aufs TS. Der wird mich in meiner Twitch-Karriere wahrscheinlich einen ganzen Schritt nach vorn bringen. Wie du hast? Der hat, der macht, der organisiert so Heroes of the Storm Turniere. Und die brauchen noch jemanden, der die Turniere streamt. Das werd ich dann wahrscheinlich sein. Und ich krieg meine erste Spende heute Abend von 50 Cent. Yeah. Ja. Sau geil. Ah, ja. Ah, 50 Cent, hallo? Nein, ich mein eher, weil... Der hat die Typ 500 Stunden Arbeit gelohnt. Weil der Typ Turniere organisieren, die man zum Streamen braucht. Was? Eher, ah ja, weil der Typ jemanden zum Streamen braucht für die Turniere. Ey, er braucht's nicht, sondern er hat's mir angeboten. Also... Ja, keine Ahnung, sei egal. Mal gucken, wie das läuft. Hm. Heute Abend. Ich glaub, er hat keine Ahnung, wann der kommt. Nee, nee. Ja, du willst sterben? Nee. Schade, ich dachte, der Schein reicht aus. Passiert. Gangster hat das Spiel verlassen. Ich hab' nicht mal drauf geachtet, welche Map wir haben. Oh, wir haben fast start. Das Feind. Darf ich fragen, was die drei da unten treibt eigentlich? Da sind noch mehr genug Pflanzenteile. Ich schille nur die Erfahrungen. Damit wir insgesamt mehr Erfahrungen bekommen, dann ist mir Raynor und Arthas gefolgt. Arthas ist von Houses auf der Lane und Raynor... Das sind alle fünf oben. Also wenn ihr Lust hättet, die mal zu ganken, müssen wir hochkommen. Okay, dann kommen wir mal hoch. Machen wir's grad so. Oh, Heilung. Ja, wir haben keinen Heiler. Das ist irgendwie jetzt blöd. Haben die wieder zehn? Ja, ne? Mindestens zehn Heiler haben die. Wacht, was hat der für ne passive? Ja, das ist irgendwie... Das ist irgendwie... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, okay Ja, das hab ich nicht mitbekommen Vielen, vielen Dank, Kopp Ja? Du Lappen Ja, den hol ich mir noch Bleib mal locker Och, gibt's doch nicht Von wegen, den hol ich mir noch Ah, ich hasse es, zwei Sachen auf einmal zu machen Das geht einfach nicht Ich kann das gleichzeitig lesen und spielen Fuck it Aber dankeschön So, sorry, jetzt spielen wir mal wieder richtig Jetzt, äh, ja Lass mal ein bisschen das killen Oder das Panzermonster da mal blatt machen, vielleicht? Ach, das ist so lästig mit dem Highlight Egal auf wen ich schieße Das Ding ist gleich wieder in zwei Sekunden oben Das stresst mich Hopp, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir immer noch ein Heilerblatt kriegen Mit drei Damage-Dielern Was ist denn das? Hört mich eigentlich noch irgendjemand? Ich bin irgendwie krass Ich würde jetzt zu, ja Abgekapselt, gut Kopf hat mir gerade eine Spende gegeben und ich soll euch jetzt angeben, dass es mehr als 50 Cent sind Ah, Alter, verdammt In der Schräge ist heute Abend, ich habe 5.000 Euro gespendet 5.000? Ich glaube, das ist dann, ne, ich glaube, das ist leider dann irgendwie zu toppe Ah, wusste ich es doch Hier, guck mal, die zwei, kommt ihr? Ja, ja, ich komme schon Alter, so kacke habe ich noch nie in meinem Leben gespielt Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Fail über Fail Ah, wo bin ich mit meinen Gedanken? Du hast gesagt, äh, wir sollen kommen, dann bin ich gekommen Ja, nur wie ich da gerade rein bin, anstatt meine Tarnung dort rein zu hauen oder so Nein, ich gehe selber rein Ah Ja, wenn du die Tarnung hinter dir haust und dann so tust, als wäre das Spielgebild Kannst du die Tarnung eigentlich lenken? Ne, ne? Leider nicht, nein Schade, weil sonst könntest du richtig trollig machen und die ganze Zeit nur das Spiegelbild lenken und du mit deiner Auto-Attacks machen Und jagen die dem Spiegelbild hinterher Hm Ich würde gerne endlich mal Jaina gehen Wen? Rainer Jaina Rainer Ich glaube, du stirbst Ja Das ist Worst-Case-Szenario gerade Warte, ich kacke gerade nur noch ab Weil du eine Spende bekommen hast Ja, ich bin jetzt, bin jetzt geistig so verwirrt und vernebeld, das wird es bestimmt sein Wie viel hat er dir denn gegeben? 50 Cent, oder? Ja, mehr wie 50 Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll oder nicht 51 Er wird auf jeden Fall in die Bestenliste geschrieben Also gut, der ist der dritte, der was gespendet hat, aber Jo Müssen wir erstmal noch eine Bestenliste erstellen heute Abend Alles gleichzeitig mit dem Zocken funktioniert halt einfach nicht Und Twitch Alerts sollte er eigentlich auch mich benachrichtigen, was es jetzt halt nicht Dauert das Ganze vergessen, alle wieder oben Ich kann ja immer irgendwen snipern, wenn ich jetzt genug Schaden mache Ich musste gerade die Ultima Escape nutzen Ähm Ihr seht mich nicht Ihr seht mich, danke Okay, er hat mir gespendet Wenn ich richtig im Kopf habe, 5 Euro Nicht schlecht Für den Anfang Für den Anfang Der war gut Ja, ist das so? Selbst 1 Euro wäre schon viel, also bitte Hala Äh, ich Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich spiele Unglaublich Ich glaube, dass da reihe ich mal unter die Fades des Jahres ein So unkonzentriert Was bin ich so langsam? Keine Ahnung Was mich doch gerade geslowt hat Ah, die Jena vielleicht Jena Ich bin so, ne? Ich glaube, ihr Passiv ist einfach ein Slow Jaja Das fragt der, der sich eben Jena auf Level 10 hochgespielt hat, ne? Jep Jena ist kacke Gar nicht Kann schon nur in Spiele Jetzt sind da groß zu spielen Ah, ne? Warte, vergiss es Ich bin erster in allem Sorry Ich springe auch schon in die Falz da durch Ich bin gerade voll am Feeden Ich auch Ich halte den Rekord mit 7 Verdammt Ich hole dich noch ein Ich glaube, ich bin 2.3. Bei uns Vielleicht, weil es noch nicht so ganz deutlich war Vielen, 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 vielen lieben Dank für die Spende Alter, wir kriegen ja wirklich gar nichts kaputt Es ist lachhaft Die werden immer low Aber Lilly kommt noch nicht mal ins Schwitzen Wieso verlieren wir gerade? Weil wir irgendwie nur Scheiße bauen Weiß noch nicht? Ja schon, aber die Runde davon haben wir ja auch schon verloren Hatten wir die Runde da vorne, Jena? Ja Ich bin ja jetzt umgeswitcht auf Damage, Jena Ah, deswegen kriegen wir nicht so viel Damage hin Das ist ein Nova-Gebäudeschaden 2000 Ja und? Ich bin tot Ja, Mann Ich bin gerade permanent tot, Alter Das gibt's nicht Ich auch Nein, es gibt leider keinen Surrender-Button Und Blizzard sperrt sich auch einen Surrender-Button einzubauen Weil man das Spiel im Late-Game tatsächlich nochmal reißen kann Aber Mäh Nicht, wenn man so rumfeedet Wie wir hier gerade Boah, komm schon Nee, das gibt's doch nicht Ich krieg keinen einzigen Kill Vergiss es mir Fühltest du gerade mit Absicht, damit du hier am meisten Tode hast? Oder was? Vermutlich Irgendwann bist du hier Erster In den Toten, ja Da bin ich Erster In den nächsten Spiel auch was gespendet bekommen Maximilian, spend mir mal die Hälfte davon Oh Mann